Musik Hi meine Lieben, heute ist Samstag und wir sind hier mit Ash gerade noch ein bisschen unterwegs, weil wir mit Ash noch was einkaufen wollen. Und wir merken gerade, wir sind hier gerade bei Lidl angekommen, das ist hier brechend voll. Jetzt geht es hier rein. So, ihr wollt erst mal knallen? Nee, erst mal essen, erst mal essen. Jetzt haben wir die Pringles schon, warte mal, warte mal, welche Sorte hast du da? Max war noch eine, also Max ist abends, naja am 31., also morgen, für seine Freunden. Das heißt, wir nehmen dann eins, zwei, ich nehme doch noch einmal vielleicht zwei dazu. Aber die gleichen Sorten alles, wir nehmen für Max jetzt einmal Paprika vielleicht dazu. Mäuseln finde ich auch noch, äh, Lidl, ne? Ja. Na gut, dann komm. Wir brauchen schon mal Brot. Wollen wir schon mal wirklich in Brot gehen? Pringles haben wir schon mal jetzt, also einmal Brot, warte mal, hier ist Brot, ich bin spaziert. Läuft aber am zweiten schon ab. Einmal Toastbrot. Einmal Toastbrot. Wir machen ja morgen Glackeläte wieder. So, dann nehmen wir am besten das hier. Ja, oder das, ich will doch schon unsere Brötchen, unsere Wienz. So, dann nehmen wir auch noch mal die Karotten, wir brauchen noch mal die Karotten, hier ist Paprika, also Filzik, dann müssen wir auch mal mitbringen. Einmal gute Quarkabteilung, Ketchup brauchen wir noch, mit Würstchen, wollen wir ein paar Würstchen grillen morgen auch? Ein paar Würstchen, ja, können wir auf den Grill schmeißen, obendrauf. Fleisch. Er ist in seiner Abteilung wieder hier. Alligator. Ja, Alligator, es ist ja nicht so, dass wir schon so viel haben, ne? So? Nee. Hellboy ist da, guck mal, wir haben hier, den haben wir gar nicht mitgenommen gestern, ne? Hellboy. Hellboy. Das war ja noch gar nicht. Nee, irgendwie bei dem anderen Video. Ich guck, ich guck für mich noch mal an. Uranus, Skowling, die soll auch gut sein, ist klar. Happy Sky hatten wir aber geholt. Ja. Das hier auch eigentlich. Ja, aber die haben wir schon. Ja. Hier, da. Was hast du hier jetzt wieder entdeckt? Ja. Leuchtspektakel. Das Kinderfeuerwerk? Ja. Eigentlich doch schon. Neun Teile drin. Na ja, Quantine. Aber wir haben schon so viel mit Platz. Na komm. Aus dem haben wir die nicht geholt. Nee, was? Sind sie hier? Nein. Na komm. Bisschen weiter was zu essen einkaufen. So, die nehmen wir jetzt auch mal zum Probieren für den Grill. Na? Ja. Ich hab sie mal probiert. Ja. Schmecken auch gut. Hier liegt jetzt noch einmal Krak. Und nochmal so Kuchlecken und Spinat. Ich nehme mit. Spinat. Nein. Wir kaufen nicht nur für morgen Abend ein. Hier für die Erdbeeren, für Adrian. Hier noch mal die Eier. Mal gucken, ob die Pfeile sind. So. Die kleinen Gürtchen nehmen wir noch mit. Mal gucken, ob ich meine Einkaufsliste abgearbeitet habe. So. Wir brauchen, ja, ein paar Chips brauchen wir noch. Ein paar Süßigkeiten für Max, damit er die mitnehmen kann morgen. Wir sind jetzt hier bei den Chips. Willst du dir mal was aussuchen? Ja. Ja, dann komm. Wir nehmen für Max schonmal hier so eine mit. Da ist das hier. Die? Die sind sehr lecker, ne? Ja. Also für Linie nehmen wir nochmal eine Flasche Saft jetzt, ne? Ja. Dann holen wir sie es raus, oder? Welchen? Sochen wir auch noch mehr. Gucken wir gleich. Die. Multi-Vitamine-Code. Ich überlege, ob ich Max morgen nochmal Cola-Flaschen mitgebe. Noch ein bisschen Cola mit, also für die Kinder, naja. Oder Cola-Light. Ob er das überhaupt trinkt? Denken wir schon. Wir holen mal was für ihn. Noch einmal zum Gemüse und Obst. Okay, dann kannst du einmal drehen. Genau. Wir brauchen noch Kinder-Sekt, fiel das gerade so ein. Ich weiß nicht, ob irgendwie nicht so ja. Hast du was gefunden? Ich auch nicht. Auf der anderen Seite, wir dürfen den Einkaufswagen nicht verlieren. Hier ist normaler Sekt, aber nichts für Kinder. Normaler Sekt, normaler Sekt. Nee, komm. Nee, da war nichts. Jetzt. Burken brauchen wir noch. Zitronen für unseren Saft. Äpfel haben wir noch. Ja. Wir sind jetzt hier bei Lidl durch. Und? Ja. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter, weil wir doch nicht alles bekommen haben. Alles ist schön. Jetzt geht es ein bisschen weiter, genau. Also, schauen wir jetzt mal. Okay, ob wir jetzt noch was zu real, wollten wir? Ja. Wir brauchen jedenfalls noch Fleisch. Wollte ich ganz gerne alles zur Edeka oder so. Das ist geil, mach guck mal. So, wir sind jetzt wieder mal bei den Raketen. Aber guck mal, was da draufsteht. Die ganz klein. Da steht etwas. Ja, ich weiß. Guck mal, hier sind ja noch mehr, mein Spatzi. Wo sind wir gerade, kann ich noch mal sagen. Du? Wir sind wo? Bei Real. Genau. Hier sind so paar. Hier gibt es gar keine kleinen Sets. Nee. Hier ist noch mehr. Soundtrack. Bildschirm ist auch noch da. Hm? Ja. Es geht jetzt alles wieder. Wo nicht nur gucken. Hier noch mehr. Guck mal, Space. Raketen, Raketen. Über die Raketen. Hier sind sie schon fahrig alle leer. Und hier gibt es auch. Oh, ich habe noch mehr. Bleigießen. Ha. Ha. Wir haben jetzt Wachsgießen geholt. Aber hier sind auch so ein bisschen was für Kinder. Und die Seite ist auch noch. Aber das sind alles die gleichen Sets. Das sind alles die Tischbomben, die wir schon hatten. Wie du getestet hast, hast du Gini? Ja. Guck mal, hier sind Frösche. Guck mal. Ja. Monsterfrau. Chinabella D. Next for D. Da sind die Wunderkerzen, die langen. Ein paar Karneval-Kostüme haben wir gerade gefunden. Sie sind gerade bei Real. So, hier, guck mal. Bald ist schon Karneval, ne? Ja, doch. Können wir mal Karneval-Shopping machen, oder? Ja. Ja. Guck mal, so eine Schutzweste von der Polizei. Hast du das gesehen? Ja. Hier. Guck mal. Riesenfliegen. Ja. Lustig. Eine Perücke. Guck mal. Hast du so eine Perücke auf? Nimm mal deine Mütze mal ab. Die kannst du mir sowieso mal geben. Es ist zu warm. Was ist das hier? Das sieht ja toll aus. Guckst du mal zu her? Es ist neue Haarfarbe. Gar nicht jetzt auch gesehen, was du? Kannst du mal drehen. Ach du Schreck. Ach du Schreck. Oha. Wieso, sieht doch toll aus. Ist das meine Mütze? Deine Mütze. Packst du ja am besten mal mit mir in die Tasche. Ja, ne. Was gibst du noch? Schönes. Ja. Warten wir, wer das hier ist. Oh nein. Den wollen wir nicht. Was für eine Perücke, ne? So, hier sind noch ein paar andere Kostüme, ein paar Westen. Ja, cool. Ich suche noch mehr Hüte. Was ist hier? Noch mehr. Hier ist was für Erwachsene. Hier ist ein Kindersekt oder habe ich den vor? Wir haben Kindersekt gerade geholt. Da ist jemand müde, was? Da sind noch mehr Kostüme. Guck mal. Cool. Star Wars. Star Wars. Alles wieder Star Wars. Guck mal. Auf der Rückseite hier sind da noch mehr Kostüme. Und da ja auch. Oh mein Gott. Das ist richtig viel. Eine riesen Abteilung. Cool. Schick. Er stößt weg. Nee, da bist du noch. Was haben wir hier so Schönes? Noch mehr. Hier noch mehr Kostüme. Guck mal. Spiderman. Sparmas. Ich möchte bei Lego Minecraft gucken, aber ich glaube, die haben hier gar keinen. Hier ist kein Lego Minecraft mehr. Wenn, dann würde es hier stehen. Komm mal. Aber hier ist nur Ninjago und Star Wars. Hier ist nichts mit Spazier. Ist nichts mit Minecraft. So, wir sind bei Ria jetzt mit Ash raus. Fleisch haben wir jetzt da nicht geholt, weil die Schlange da so lang war. An der Theke. Deswegen fahren wir jetzt einmal woanders hin. Und hoffen, dass da die Schlange nicht allzu lang ist. Ne? Ja. Ja. Gut. So, Baryal hat Ash nun doch irgendwie so noch ein bisschen Knaller hier mitgenommen. Haben wir jetzt hier. Einmal eins. Ja, macht ja nichts. Einmal zwei. So. Er meinte, er hat noch nicht so genug, aber doch. Und ich habe mir so ein paar Tulpen schon mal für den ersten. Wollt ihr das so gesagt? Tulpen. Die hatten wir gerade so schön. Da guck mal. Schönen Frühling. Am ersten wird sowieso Tannenbaum abgebaut und dann kommt schön alles Frühlinghaftes wieder hin. Jo. Und ihr helfen mir, ne? Beim Abbauen. Tannenbaum raus. Alles raus. So, wir fahren jetzt mal weiter. Mittlerweile regnet es hier wie sonst was. Und wir waren schon wieder in drei anderen Geschäften. Wir haben jetzt Fleisch geholt. Wir haben gerade eben bei dir diese Sturmfeuerzeuge nochmal geholt. Nummer zwei Stück dazu. Ich glaube, wir haben zu Hause drei, vier. Ja. Wenn nicht sogar vier, fünf. Und die zwei noch dazu. Ich glaube, es reicht den Aufschwung. Und jetzt fangen wir nach Hause. Ja. Mittlerweile ist es schon... Warte mal. Mittlerweile ist es schon... Nach eins, glaube ich. Oder kurz vor eins. Wir waren total lange unterwegs. Schlüssel raus. Wie spät haben wir das denn jetzt? Auf. Auf. Achso, ja. Musik. Ja, es ist jetzt gleich halb zwei schon. Ich dachte, das ist jetzt gerade kurz vor eins. Aber noch gut. Ja, das... Ich würde mal sagen, das war's jetzt auch von uns beiden. Wir haben... Ne, wir hoffen, es hat euch gefallen. Rutscht morgen gut rein. Beziehungsweise das Video kommt ja nicht morgen, ne? Ja gut. Das war's mit unserem Video. Ne, das war's. Das war's mit meinem Video. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt wollen wir nach Hause. Ja. Scheiße. Das war aber auch anstrengend.